Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute eine fette Batterie und zwar die Crosette XXL Gelb aus der Röder Ultra Edition. Crosette Effekt kennt wahrscheinlich jeder von euch, sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht so gut. NEM haben wir hier 298 Gramm, also das ist wirklich schon ordentlich. 25 Millimeter Kaliber, ich habe schon ein paar Videos drüber gesehen, da sah die auch wirklich geil aus. Und ja, dann gucken wir mal wie die so ist. Crosette XXL Gelb Wow, umgefallen. Wow Wow